Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute Team Deathmatch, Modern Warfare 3, wie schon gesagt, wie ihr vielleicht in meiner Stimme hört, äh, ich habe Halsschmerzen, aus dem Grund kann ich kein Let's Play machen, aber ich werde das Spiel trotzdem spielen für euch. Der Ton ist ein bisschen leise, also es ist eine 8 Megapixel Kamera, die anderen Video waren 5 Megapixel und waren viel zu, ja, unbelichtet, aus dem Grund haben die auch geflackert. Und ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht mehr passieren. So, ich nehme jetzt erstmal wieder die UMP45, die MP412 Aufklärung, Schnell 10 Pro Todes, Stille, Splitter und Lenkgranate kommt auch mit einem Rucksack. Vielleicht werde ich ein paar Wörter im Gameplay sagen, wenn ich mich aufrege, aber ja, jetzt werden wir erstmal schön auf der Map chillen. Oh, da hat es mich schon in den Tod gerissen. So, wir müssen jetzt nach vorne, schmeißen am besten hier eine Handgranate rein, danach gleich noch eine Blindgranate, um den Raum zu sichern. Und dann, wo der Punkt ist auch schon da, das heißt, wir gehen jetzt einfach in den Raum und wir schießen. 200 Punkte, viel Verderber, wir laden unsere Waffen immer auf den Boden nach, ganz wichtig. Gehen weiter. So. So, jetzt ist ein Heli hier. Immer am Flug. In den Schlachten geht es schon richtig ab hier. Überall Blut und so. So, Spielverderber, 200 Punkte nochmal. Wunderbar, ich schmeißen will da nochmal eine Granate rein und nochmal eine Blindgranate. Jetzt ist der Raum gesichert und da hat uns eine Predator-Rakete in den Tod gerissen. Das war gar nicht gut. Oh, da ist auch einer. Und das war es ja auch schon wieder. Eine kleine Niederlage. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Audio2Games.com. See you later, Alligator. Ciao.